Ja. Alter, wie krank der aussieht. Wir haben lang keinen mehr gesehen. Ja. Aber geil, dass wir einen haben. Ich habe gerade ein bisschen das Hütchen voll. Ja. Das ist cool. Ich finde es geil, dass wir einen in der Nähe von unserer Behausung haben. Wir haben ein Problem. Weißt du, wo der hinläuft? So cool, der schwimmt. Guck mal. So sieht er aus. Cool. Jetzt hat er mich gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Aber der kommt hier eh nicht hoch. Der ist ja zu klein. Ich fände nicht geil, wenn er jetzt hier den Baumstamm, wo wir hier oben drauf sind, einfach weghauen würde. Alter. Das ist ja richtig geil. Guck mal, er ist so abgelenkt. Nee. Wir sind größere Fleischschappen. Ja. Alter, hab ich ein Herzenfahrt gekriegt, ey. Nee, das war so. Ich habe ja nichts mehr zu tun. Ich bin an so eine Pee gelaufen. Ja, ich bin an so eine Pee gelaufen. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Unten. Ist er wieder frei oder ist ein anderer? Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich gucke nicht zurück. Okay. Ich bin ja tot. Ich bin tot. Das ist der. Das ist der. Level 41. Ja, das ist der. Okay, dann ist er wieder frei. Das ist ja für ihn good news, ne? Okay, dann ist er wieder frei. Das ist ja für ihn good news, ne? Für ihn ist es die good news. Keine Ahnung. Ein interessanter Geselle. Geselle. Es sieht aber schon so aus, als ob er das essen will von uns. Eigentlich will er den Penis essen. Den wir aber gar nicht haben. Ja. Der kneift uns bestimmt. Aber das weiß er nicht. So ein Ohrenkneifer bestimmt. Der greift mich an. Ja? Alter! Bewusstlos, wie bewusstlos. Ich bin vergiftet. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ja, ich bin nur dann auch tot. Ach so, du legst auch um? Nee. Aber der greift mich ja dann auch an. Ja. Dann sind wir ja beide weg. Überblick bei Trinity. Nee, ich habe das Ding kaputt gemacht. Ja, das Ding war ich. Ja, und das Ding. Gut. Wenigstens etwas. Oh, nee, ne? Wir haben immer noch kein Bett, oder? Doch. Oh, pass mal auf. Da hinten. Wo? Dann sind die Viecher mit dem Kamm auf dem Rücken. Jetzt sind sie gerade rechts hoch gerannt. Oh, lass uns mal hier runter gehen. Das ist mir zu gefährlich. Ach, da oben. Ich sehe einen Schwanz. Ja. Ah nee, das ist kein Schwanz. Das ist ein... Boah, mit dem möchte ich nicht Bekanntschaft machen. Der tut ja auch nichts. Das weißt du, ne? Die mit dem Kamm hinten drauf? Der Spinosaurus, ja, der tut ja nichts. Nee, ich glaube... Da muss ich sehr nah rangehen, dass der aggressiv wird. Nee, ich glaube, wir sprechen von anderen. Das sind drei Stück, äh, drei Stück zusammen. Ähm... Ähm... Äh... 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 T-Rex. Nicht T-Rex. Von einem... Runter. Lass uns runter gehen. Ich bin schon ganz schnell unten. Der T-Rex... Boah, Alter, wie schnell du bist. Boah, der T-Rex ist... Ja, wie schnell. Das hat mir getan. Hier der langen Hals. Der ist nämlich den Abhang runter gerutscht und dann kam nämlich so ein Viecher. Wie heißen die denn nochmal? Nicht die T-Rex-Dinger, die auch auf zwei Beinen laufen. Kano? Ja, ich glaube. Also brauchen wir noch ein, zwei Dodos? Ja. Oh, hier ist der Dings. Pass auf. Dings. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Ja. 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 Aber wie gesagt, du musst sehr nah rangehen, dass die Acken fliegt werden. Ähm. Achso. Ich dachte schon. Ne, wir brauchen ja Leder. Was ist das denn? Ach, das ist wieder so... Ach, die kommen auch an Land, die Viecher. Die dich gekillt haben. Ach, wie schön. Na, da freue ich mich ja richtig dick. Da, guck mal. Jetzt freue ich mich aber dickflüssig. Ja, jetzt freue ich mich. Boah, wenn alles los ist. Da läuft auch ein Dings rum. Cool. Ähm. Das hilft, äh. Oh, oh. Ähm. Warum auch mich? Oh, oh. Ähm. Ich bin bewusstlos. Und der Vieh ist tot. Deinen Geronimo haben gekillt. Ja. Und Denise ist unconscious. Ja, aber was? Was ist das denn? Äh, was? Was ist das denn? Der ist aber ein bisschen groß, ne? Oder? Ja. Oder meine ich das jetzt nur? Das ist auf jeden Fall kein Geier. Was ist das für ein fettes Vieh? Und warum ist der jetzt auf einmal da? Und warum hat der eine Maske auf? Und warum liegt der Stroh wo der Lande? Oh, ich hab Angst. Also vor dem hab ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Respekt. Das ist ein riesen Ding. Guck mal. Der ist so groß wie der Triceratops. Alter. Aber er ist nicht aggressiv wie es aussieht. Äh. Äh. Nee. Nee. Nee, er ist nicht aggressiv wie es aussieht. Er ist nicht aggressiv wie es aussieht. Sonst wäre er jetzt wie kommen. Aber was ein Vieh ey. Ach. Jetzt greift er an. Ja, aber willst du den jetzt zähmen oder wie? Nee, ich will ihn töten. Alter. Was ist jetzt los? Ah, der Vertreter. Oh. Agentavis. Ah, schön. Afrika macht ihn gerade platt. Erntet den. Afrika kriegt ihn. Und Red Rex auch. Afrika. 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 Und Red Rex. Macht ihn platt. Der hält dann immer viel aus. Der war schon blutig. Äh. Komm mal schnell wieder. Wieso wurde ich jetzt getötet? Und jetzt? Ja, ich überlege auch da. Erntet den. Oh. Ähm. 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 Ah. Äh. Äh. Oh, no. Oh, scheiß. nein ich wollte nur das Strohfutterbend abmachen ja, das habe ich vorher auch schon probiert, aber ich habe gemeint, dass ich nicht reinkomme oh, das ist sorry nichts passiert, alles gut greifst du vielleicht mal mein Ziel an? ja, hat er kaputt gemacht, geil sehr schön, sehr schön vorsicht, vorsicht was denn? raptor ich sehe ihn nicht hier hinterm stein ist er, noch hängt er fest, jetzt kommt er achtung raptor scheiße der flieht vor mir ja ja ok, der kommt bestimmt gleich wieder ja, ich habe die Machete ausgerüstet ich habe die Seen durchgezogen naja ich sehe ihn nicht da hinten, da hinten besser der flieht vor uns der ist aber gut getarnt, ne? jetzt kommt er, der kommt jetzt kommt er ja, so schnell gehts ein Hochhaus Schwert, ne? geil oh, er hat eine piek guck mal ob du im zweiten siehst ja, der kommt glaube ich der kommt ja, ist getriggert ähm das war's schon? ja, der ist direkt in meine Machete reingerannt ah, ok umso besser was ja der schön ist äh ja, kannst mal rein die Pfeile kannst du haben die Pfeile, den ich den Rest kannst du fast ja, die Lapo, den ich auch noch mit aha, kommen die Berries hier das ist jetzt mal da drin ja ok, einer weniger das ist jetzt ein armloses Raptor muss man schon sagen und da ist noch einer ja, meinte ich nämlich ja, er kommt Pfeffer der ist ein bisschen stärker jetzt haben wir ihn boah wir machen ganz gut Damage inzwischen kann das sein ja alter was hat der denn mit dabei hohoho geil mal eben zwei eisen eisen pickaxes ey krass na gut, warum nicht gut erst mal drauf geschissen genau und ab jetzt bekomme ich ein bisschen Schitz in der Buchse hier muss ich sagen ja, also die waren letztes Mal nicht da die Raptoren oder aber ich bin an denen vorbeigeschlichen das kann natürlich auch sein aber ne wahrscheinlich waren es also ich habe bisher keinen Schaden genommen du da kommt was? ja was kommt denn da? iiii, was ist das? what the fuck? wildschweine wildschweine sind das wildschweine die sind aber auch angriffslustig ey ach Hyänen sind das Hyänenodonts ach die haben doch auch schon mal gesucht alter die haben gekillt ich seh dich nicht ja ich bin da runter ich hab da ich hab mich da unten verstecken wollen beziehungsweise wollte da runter fliehen schnell aber das hat nicht so ganz geklappt hier ist doch cool für ein Lagerfeuer oder? ey das ist ein das ist ein T-Rex oder? der kommt ja aber nicht hin guck mal alter das ist ein T-Rex jo T-Rex da unten aber der kommt hier nicht hoch ähm nicht einer zwei da hinten ist auch ein Mate boosted mit Flammen auf dem Rücken ok ja dann ist er nicht Mate boosted dann ist er als Alphatier das ist das wieder so ein Alosaurier vielleicht das zweite ja das ist wieder so ein Alu oder? warum wärst du jetzt rum? da der da der da mal du jetzt still da da gibt's keinen Kopf hey du stinkendes Drecksvieh ja der ist er neben ja der guck doch hoch guck mal ja ich treff ihn jetzt nicht ich sehe ihn nicht ich könnte auch meine Seite rüber kommen ja gut aber nicht zu nah am Abrund nicht dass du runterfällst ne? jetzt müsstest du ihn treffen ich treff ihn immer ne ich seh ihn gar nicht ne ich seh ihn gar nicht und du weißt nicht zu nah am Abrund stehen wenn du rechts in der Nähe ist ich hab's ja jetzt schon leicht erlebt ich hab' jetzt gerade den Bogen gespannt aber hinter mir ist nur ein Schissera-Tops ich seh den nicht ich weiß nicht wo der ist er läuft da unten im Dunkeln rum ach da ach da wäre schon gut gespitt mit Teilen aber dieser Alpha Wand hier direkt in den Nacken rein nochmal in den Schweinenacken gegen den Fuß gegen den Dicken ja YOU KILL THE REX ALTER YEAH HIGH FIVE MAN über die Schlucht hinweg alter wie geil das ist aber nichts Gutes was liegt da? was liegt da? was liegt da? vorsicht! da liegt was what the fuck was ist das? ich will's nicht wissen ich will meinen Dimorphodon heim bringen was ist das? ich will's nicht wissen es lebt es schläft oder? das ist auch das erste Mal dass eine saurige Art schläft ja und das macht mir Angst und guck mal was ist da hinten auf dem Felsen drauf das rote äh weiß ich nicht hier da aber das bewegt sich nicht oder? wenn das so zusammen geht ja fängt es an zu regnen auch mal das sieht aber spannend aus ich mach mal ein Bild ja ich mach auch ein Snapshot von Dion dem Vieh kurz vor der Katastrophe wild male Megalosaurus hey in Earl das ist er? ja stimmt das ist ein Earl Earl Sinclair ja da liegt er die faule Sau aber der macht nichts ne? Level 39 ist er bis jetzt macht er nix äh sind Megalosaurus Fleischfresser ja ne? ich weiß es also laut Dinos laut Dinos sind sie Fleischfresser ich hatte mich auch ich hab mich ja gerade in dieser Blitz erschrocken zur Not hab ich ja er wacht auf boah geiles Vieh der sieht ja mal geil aus ähm ähm der kommt auch ganz geil her ja ok den haben wir da kommt der nimmer raus boah das kann sein ey das kann das kann klappen alter geil aber egal wenn er mal möglichst bald liegt aber der ist halt auch rohlevel ne? jetzt flieht er jetzt flieht er dann hast'n gleich dann hast'n gleich der sieht echt geil aus der sieht echt geil aus ich spitt mit Pfeilen ich spitt mit Pfeilen komm geh down machst du auch schön Bilder von der Jagd jetzt gerade ja komm geh down wir haben noch 18 stück wir haben es doch reichen verdammt eigentlich schon ja wuuu jaaa geil aber da müssen wir das erste mal rankommen ich möchte die Bewusstlosigkeit möglichst hoch halten weil ich nicht sicher bin auf die die wieder was? er ist ja aufgestanden warum auch immer warum auch immer alter warum ist er aufgestanden? ich bin jetzt muss ich sagen leicht geschockt ähm die sind noch da hinten drin? ich ich ja du bist auch geschockt ja ich bin vor allem am felsen entlang gerannt wo er nicht hin kann oh oh er kommt er versucht rauszukommen aber er kommt da nicht raus gut 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 alles cool ich komme da hinten liegt meine leiche ja ob ich die kriege? wahrscheinlich hier nicht ne ich denke nicht das reicht wohl nicht mit mit narkos mit narkoberries ah ok dann wird es heute wahrscheinlich nichts mehr ja ho 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 nee dann wird es heute nichts mehr durch die ja mist nicht das war eine die nicht die die ist